hallo und herzlich willkommen zu let's play minecraft survival games und ja was ist passiert ihr seht im splitscreen ja wir wollten es einmal ausprobieren ja wir wollten es einmal ausprobieren also wenn euch das blitzkrieg gefällt liken wenn er euch nicht gefällt disliken ja von anfang an wenn der das blitzkrieg bekommt werden öfter aufs blitzkrieg kommen oder so und wenn es wenn euch das blitzkrieg nicht gefällt und den dislike geht dann kommt ganz blitzkrieg ja genau also das heißt gibt es keine hate dislike weil das wäre auch am wirklich ein bisschen gar scheiße ich im schwert nach dem holzhaft ich war schloss im schwertweg natürlich auch ein sich ja ich habe mich heute schweb ich habe ein stein schwerer und schweb ich habe ein stein schweb gewartet er hat er bis jetzt hingegangen wo wir ausgemacht haben not aber ich bin am sparen hat schon so viele leute geht es auch am sparen ich auch aber alles wie viel er hat sich die kirkung gibt es ja ich habe auch zu empfehlen um nur eine hatte ich auf dem genauer und noch mal ein paar ja scheiße man wir haben nicht nach das ist so anstrengend man strengt so bist du ich bin noch im Haus von ich auch weiter kommt alter das sie weg gibt aber hier aber hier in den ich möchte noch mehr hat sich da und weg das ist ja ja sowas von vieler und das ist ja genau hier also ich habe mir das alles erkämpft was ich ja noch ja ich habe auch das schwert erkämpft zwei gegner habe ich getan einer ist weg gelaufen dann dass ich weggepackt okay gut das war auch da ist ich habe scheiß vergessen schau mal gleich in die kisten auch ja aber ich habe extrem viel essen will ich nur sagen die obere kiste geht nicht ich weiß das ist irgendeine art packt erneut war so ausgabe ich war mal durch der dritte wie viel Rüstungshastung treintal und wort ich habe nämlich um sechs so gehen wir dann geht weiter ich gebe mal die Hose er hat er kommt so ich 4 doch gehen wir darüber war schon mal ein sehr guter Start das war eigentlich ein Skiller-Start meine Kiste war voll Essen wir haben eigentlich beide Leute gehabt das ist gar nichts so normales oh scheiße ich habe so viele Punkte warte wie viele Punkte habe ich einmal, zweimal, dreimal, viermal äh das bist du scheiße sechs Leute habe ich schon gekühlt alle ich habe nur heute Schwerster begegnen ist er nur auf Gegner Jagd er hat eine bessere Waffe und nicht ich habe nur ein Stand schon ganz hast du Bogen nun und hätte ich die Pfeile geben können wenn du Goldschwert brauchst oder so ich habe heute Schwerd andere scheiße dass sie keinen Schaden macht ja aber sie haltet weg nein ich bin dumm was hast du gemacht? ich habe die Pfeile ausgelöst warte nicht auslösen das sind so scheiß viele Kisten alter in denen nix drin ist nein in den unten war was drin in den unteren war was drin ja und wie kann man raus? gar nicht ich halte raus, spreng ok so nicht ich versuche hier an der Ecke ich versuche hier an der Ecke hier komm ja sehr gut nice alles das ist ein geiles Teamwork ich finde mir gerade irgendwie sonst gar keine Kisten nein aber auch keine Gegner hm stimmt auch wieder das ist einer der ersten Survive Games im Hubs gewesen oder? sie wird auch zwar gegen sein stimmt alles stimmt ich glaube da war schon wer oder? ja da ist eine Kohle im Ofen wirklich? ich hab nichts rohes zum Braten ich auch nicht nein ne ich den Spielen jetzt laufen hey ich nehme ein paar Spiele netze mit nein nehmen wir Pilze mit weil ich hab Pilzschuppen für den Notfall also eine ich hab Pilzschale ich hab ein Steak in den gebratene Fisch und den ganzen Kuchen also ich bin versorgt ich hab einen roh äh gekochten Fisch ein Pumpkin Pie ein und ein Bread und Steinmaschwurms sehr schön so gehen wir mal in die Richtung hier hieß nicht Maschwurms ok boah sehr Brote äh Brote wären cool Pilze das ne Kiste das sind nochmal zwei Haulschwerte drin Alter wie viel Rüstungshaftes äh 1 2 3 4 6 was ich hab 4 aber dafür wie viel Steinschösch komm denn gängig nein es ist unten äh hier ist erstmal richtig ein Chunk fehl auf also ich will ich will ich will ich will es hilft sich vollgas wie komm ich jetzt hier raus nein 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 guck mal hier sind die Kiste oh ja hier auch gerade ist das aus ich lehrt ich habe sie gerade rosten und die Sachen wie komme ich hier ich war nicht raus sie schlechter ich schulde gerade so ich kenne dich ja mit Daniel auswischen das geht aber nicht um keine Ahnung wäre schon draußen das wäre Gott ich ich habe sie getroffen mit dem Parken und Schmiedkirchen auch von der Rose oder Schuhe Schuhe nein er hatte ich hier sind der vierte Jahr die Notwahl kommen meist so lange werden können uns vielleicht sogar können die Leder Schuhe machen so egal wir haben wenn ich jetzt den Wörl ist genommen wo bist du hier ich finde die perfekte Erzangehabe du rennst auch mit Eingehörungen ja okay suchen wir mal Leute Gegner relativ langweilige Runde besetzt außerhalb der Anfang der Seite aus dem Spahn der Mann die Liste noch ziemlich groß diese Maps ja so lange gibt es keine diese auch sehr groß überhaupt hier ist alles bald ist alles gleich und schweißen dankbar ich bin deutsch ich sage nicht ich hab uns verflutscht wenn ich gut das dann machen ich bin nein hier ist die ersten unabhängig mit dem Schluck kopf also ich habe kopfschank wachsen das übelst die letze und kabel allerdings habe ich versuche mal dort weil ich meine chance loben gerade so hast du auf multichore eingestellt oder sowas wo bist du options video settings move leute ich gehe es in die options bitte nicht der nebel und wir gar nicht wissen was aktiviert okay er hat irgendwas aufgeben pass auf dass wir keiner zu macht ich sperre mich doch selbst ein welchen und sagen und waren nun mal falle wo bist du ich bin eigentlich zu mir richtig aus dem angst ja auch ich muss hin und wenn du auch nicht sagst wo du hinläufst ich habe wenn ich nicht die nacht und du nicht mehr das schaffst du bist ich auch zum sparen wenn ich ihn finden würde auch kein wenig ja einfach in die Mitte ja ich schätze mal das bonus hier drüben denn hier sehe ich keine glaskuppel warte mal dafür schon mal ein normales und kann sich schnell einfach mal fahrt was 32ern auch wenn das ist zu viel aber 32 bis zu viel wenn wir fahren für sie gehen nicht in die options die auch ich habe einen bogen da steinschwert das ist ein bogen nicht so steinschwert ich habe ich äh ich schaue mich zu uns woher ich so um sich gerade ein Chat der Kisten abwürgt zum so alt ein Chat ja ich habe mein Glück für die Bewerber so um uns von uns von Kiste das Bauern sollte drüben sein rechts von uns aber es ist auch gleich nach dann kann man auch dort bleiben wenn ich dann auch mal den Notfall vorspult soll in der Schrift und ja dann scheiße ich komme nicht drauf zu Kiste treffe sich beim Spawn ich schaue mal dass wir hinkommen ich kann die Kiste nicht öffnen ich kann die Kiste nicht öffnen ich kann die Kiste nicht öffnen kann man mit Rüsten keine Kisten öffnen ja okay kann sie nicht öffnen um ich bin jetzt hier beim ich glaube ich das Spiel bei Leipzig sind ich weiß nicht warum es hört sich so an das Schaf steht nur und tut nichts ohne es geht kommst du zum Spawn ich versuch's auch er hat das Koordinaten 0 0 ah hier sind die Chasinger die Chasinger sind weiter zu Minus 1572 70 59 minus 612 warte ich glaube ich habe schon ist das Bordetjet die Sachen ab wirft ja und bin ich gerade ich bin ja auch gerade beim Spawn weil das wird gerade Nacht und dann Alter die Köln wir haben hier kein Leder ja jetzt komm Gas ich will nicht der Leihung wächst Alter da ist wer warte bitte komm schnell der U ja ich kann mich noch nein ich nicht jetzt ist die Aufnahme wieder aufhören ja ich bin hier ich bin ich bin Letten Karte leckt wirklich schwer Alter Leck ich schlage noch dich das ist ja unswer ach so ok Bogen Alter er hat die ersten Hose er brauchte Kettenhelm hier kommt die ersten Hose zurück jetzt habe ich so wenig was bist du wieder viel mehr als ich ich hab hast du den Bogen aufgehoben ich habe keine Hose ich jetzt habe ich wieder Nummer 5 ja jetzt habe ich es jetzt und die Kisten nicht so aufgefüllt nein das kommt jetzt soll die erste Worte gut und die Worte oft kein Bogen ich hab schon und alle auf dem Fall im Ziel ich nehme lieber die Koppelstück zu dem Haus wenig das will ich aber nicht angst ja ich auch gerade ich bin level 1 so suchen wir mal gegen die gegenseite warten wir hier hier er hat es dann auch gefüllt ja eine erste Hose für dich ein Eisen-Jazz-Blade und noch mal Eisenhose und es ist überall nicht drin auch hier hey Alter wir werden abgeschossen das war ich wie viele Eisenstiefel drin sind ja bitte kann ich welche ich nehme das gute Zeug mal raus ich habe komplett Eisenhust und hier guckend jetzt muss das braucht das Geräte ja alter komplette Eisenrüstung am Abend war ebenso ein Tier drinnen das ist schlecht so auch nicht das macht mit Quartier ein bisschen mehr einzig Sorgen gerade wort ich sehen kann damals wird 9 glaubt weiter wie für Steinschwerter hat der hatte der um ich habe so will und ich okay habe er keine als Schwert so nicht nach außen nein habe ich mich getäuscht okay ein müssen wir glaube ich noch erwischt nur dann ist der Mensch ja warte bleiben wir hier weil die werden jetzt ehrlich ja kommen ja ich nehme mich in der Mitte und sie mich kann ja jeder Kölner genau du bist alleine und dann komme ich von der Cheetah Taktik alter werden nun er ist sie ein Fisch das ist ein Fisch macht einfach ja stimmt auch nicht zu sagen ja ich weiß nicht ja schaue alles gefahren wir wollen auch schon für ein Schaub mehr er ja werfen muss man rechnungsvoller das war denn wir umgebracht haben das noch nicht ja ich auch weil ich so viel essen so lange nach München um Leben das recht schwer zu viel essen ja das einzige schlechte das Schwert sonst habe ich alles Eisenbeck genug Pfeilern als Malde hast du ihr schon komplett da sind ja schon die werden sowas von zerberstet naja hoffentlich nicht zu großreden alter da kommt keiner was soll das naja gehen wir mal aufs Suche oder warte ja ich wollte gerade schreiben vorziehen nur asozial nein alter so ich mich hier ja ok ich bin hier alleine das ist echt also ich nehme mich das ist so was du tust ja ja trust auch als ich nicht als mir ist langweilig alter ich werde gerade von einer Flieger attackiert ich auch ne ne gelse scheiße müssen also bei euch in Deutschland ist es ne Mücke scheiße ne Mücke attackiert mich scheiße kommt keiner schlecht 14 Minuten Ante Lerner der Arena Def Match schreib nochmal schreib PLS Make Team oder sowas pls pls PSL vor schreib I have the Iron's word for you schreib I have Iron's word for you und der Yannick spielt grad euer Truck Simulator 26 grad um 21 nachts der eh fast niemand kennt der spielt mit Dom's Let's Battle kaum die Verlockung ist so groß da muss wer kommen ja jeder checkt einfach dass es ne Falle ist ja naja ich glaube wir werden grad Zeitraffer reintun also ja keine Ahnung fix du machst das dann ich muss nur rennen um die dir zu da was gab schicken ja stimmt oder psp geben wer gleich besser oder hg kommt wie lange das dauern halbe stunde naja stimmt auch naja solch nicht durchsuchen gehen ich gehe grad nur ganz wenig weg ja und warum wenn ich vielleicht hier aber möchte ich mache danach halt ich habe vielmals TNT ich bin gottvoll hast du Koppelz für mich nix zu er hat zwar er kann es mir geben komm her das bahn wartet ich will nicht das geht wir sollten uns auf den Bäumen snicken bevor meine Mitte kommt da kommt wer wirklich das ist ein Name du meinst nicht mich nein da hier sie sind nicht ich bin mitten am Spawn ich bin mitten am Spawn ah dann nicht am Spawn ja dann kommt zum Spawn ah hier ja ich sehe zwei Namen sehr gut ich hoffe das kann nicht werden okay oh zu late wirklich schnell also hat er war nicht noch ne ne he is just nothing guck mal ob der kann einen Schwert hatte ne hat er nicht die Schraube alter ich das könnte heißen aus der anderen die er Schwert hat ja oder Eisen aber wir haben voller Eisenrüstung alter ich bin gegen zwei andere ich glaube die machen Team keine Ahnung 40 Sekunden Deathmatch ich glaube Zertrafen wäre vielleicht doch gar nicht so nötig oder ja ne jetzt ist Deathmatch so oh tt tt ja ich habe auch das viele ich habe 14 Pfeiler ich habe nein wie viel 20 Sekunden kommt kommt gleich los das müssen wir jetzt schaffen aber ich muss voressen ja habe ich auch gemacht wenn der Feuerwehr ich hoffe Rüstung habe ich und es geht los was ich gestehen der mit dem Bogen schießt er hat nur ein Bogen glaube ich nicht ein Teil des Kunden mit dem Bogen stört bist du tot nachher nachher ja er ist doch ein Foto alles in so hier ein wir haben und ich habe ein halbes Herz verloren so geht das dann der Mann das was ich lasse sogar okay besiegt mich sowieso die Warte zurück als er auch weiter das ist ein Weg nach dem Weg kommen ich bin wem jetzt also ein Tag das war uns mit 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 das erste Mal dass ich den Endkampf will aber das war wegen dem Wierschwert mal gut bis zum nächsten Mal und schüttel ich jetzt habe ich noch vier Herzen